Ja, ich spiele ja zu Hause immer selber Starbucks, ne? Ich... Ja, pass auf, ich ziehe mir einen Kaffee aus meiner Maschine im Pappbecher, schreibe dann da meinen Namen falsch drauf, also ich schreibe den falschen Namen drauf und verbrenne im Anschluss einen Zehner. Warte, ich mach mal ein, bleib mal...